Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt im Norden von Bali, genau zu sein in Louvina. Wir sind jetzt von Canggu für das Wochenende hier hochgefahren und wollen mal gucken was hier los ist. Checked in, in Louvina, unserem Beach Bungalow hier mit eigenem Pool. Mit Meerblick. Ja aber du ziehst gerade zu. Schaut mal raus hier. Echt cool aus. Leider gerade Apple und wir wollen jetzt erstmal in die Stadt von Louvina rein. Wir haben ja gebraucht einen Kaffee. So, wir sind jetzt in Louvina angekommen. Hier waren wir ja noch vor fünf Jahren und machen jetzt hier gerade mal einen Beachwalk. Genau, eigentlich noch nicht viel los. Aber wir wurden schon dreimal angequatscht. Genau, also die Händler hier und die Bootsfahrer. Denn Louvina ist ja bekannt für eine Delfintour. Versuchen alle was zu verkaufen, weil kaum Touristen sind. Und dann ist es echt leer. Und ja, wir laufen jetzt mal an. Wir haben einen tollen Sonnenuntergang hier genufen. So, wir haben es jetzt zum Essen geschafft. Ja, Essen auch schon bekommen. Genau. Ich habe Thunfisch im Bananenplatz, das ist 3 Euro. Ich habe ein Tofu-Satay. Wir haben die extra für mich gemacht eigentlich. Es gibt es im Schicken, aber da kann man noch Tofu und die machen es eigentlich immer anders. Und mittlerweile sind wir auch nicht die Einzigen hier im Restaurant. Also, lassen wir uns jetzt schmecken. So, wir haben jetzt gegessen. Es war eigentlich ganz gut. Es war okay. Also, krieg keine 5 Sterne für mich. Es hat 4 bekommen. Wir werden auch noch eine Google Review schreiben. Und jetzt werden wir wieder zurückfahren in unsere Unterkunft, schlafen. Denn morgen wollen wir ganz früh raus. Und da sind wir zurück. Wir hatten eine gute Nacht, oder? Ja. Ich bin noch ein bisschen müde. Wir waren nämlich ziemlich lange wach. Wollten eigentlich noch ein paar Storys und so weiter hochladen. Aber das enthält immer so schlecht. Und wir sind trotzdem eine Wache, weil wir die ganze Zeit gedacht haben, gleich funktioniert es, gleich funktioniert es. Aber es hat nicht funktioniert. Genau. Und jetzt sind wir schon im ersten Spot angekommen. Wir sind jetzt am Alling, Allingwasserfall. Und da nehmen wir uns jetzt mit. Wir waren die Ersten auf jeden Fall. Ein Buch zumindest. Die sich ins Buch eingetragen haben. Also hoffen wir, dass noch nichts los ist. Übrigens gibt es ja auch verschiedene Touren noch, die man machen kann. Wenn man nicht nur den Alling-Allingwasserfall sehen will. Die gehen 2 oder 4 Stunden. Kosten dann auch eine Ecke mehr. Und ja, läuft hier durch so eine Tempelanlage. Denn der Alling-Alling ist ein heiliger Ort. Und man darf da auch nicht ins Wasser, wurde uns gesagt. Aber wir schauen jetzt mal, was dort aussieht. So, alber Weg geschafft. Wir waren jetzt gerade an einem Abzweig. Dort kann man sich drei Wasserfälle angucken. Aber da muss man das Ticket für 125.000 Rupiah nehmen. Das sind ungefähr, was sind das, 9 Euro. Und dann kann man in die alle reinspringen. Also früh am Morgen ist noch kein Mensch da. Aber es ist wirklich gut vorbereitet, dass viele Leute herkommen können. Also kommt früh, wenn ihr das machen wollt. Und wir gehen jetzt mal weiter zum Alling-Alling. Guck mal an, wie blau das Wasser ist. Voll übel. Jetzt geht es nochmal richtig berg aus. Die letzten Meter. Wahnsinnig beeindruckend. Ich kann mir glauben, dass das Wasser stürzt hier richtig gut wird. Und jetzt verstehen wir auch, warum die es jetzt haben. Nicht baden. Eigentlich darf man wegen einem heiligen Ort nicht rein. Aber man will da gar nicht rein. Es hat in den letzten zwei, drei Tage so stark geregnet, dass so viel Wasser runter sinkt. Also heftig. So, wir sitzen jetzt wieder im Auto und fahren jetzt gerade in ein Café. Ein kleines Feedback aber noch zum Alling-Alling-Wasserfall. Also man kann ja mehrere Wasserfälle dort sehen. Ich glaube, wenn ihr Zeit habt und auch Lust habt, da mal ins Wasser zu springen, würden wir euch auf jeden Fall empfehlen, das auch zu machen. Das kostet echt nicht viel Geld. Deswegen ist es eigentlich, denke ich, schon eine coole Aktivität. Ansonsten war bis 9 Uhr morgens gar nichts los. Wir waren die Einzigen da. Und es sind auch um 9 erst zwei andere Touristen gekommen. Also selbst dann ist noch super wenig los. Ich glaube, es ist auch cool, relativ früh morgens zu kommen, weil die Sonne dann auch aufs Wasser scheint und es echt richtig schön aussieht. Also falls ihr die Möglichkeit habt, kommt so früh wie möglich dahin. Auch wenn ihr irgendwie ins Wasser wollt, ist mega cool. Also können wir euch empfehlen. Dennoch, der Alling-Alling hat uns jetzt nicht so umgehauen. Ich glaube, wir hatten etwas höhere Erwartungen. Aber dennoch schön zu sehen mit den anderen Wasserfällen. Auch gerade und wenn man auch ins Wasser will. Und was ist hier heute? Weißt du auch nicht, ne? Wir fahren hier ganz, ganz viele Leute rum. Also es ist richtig, richtig viel los hier. Und es sieht so aus, als wenn die alle zum Tempel wollen, ne? Scheint so länger rüber auf der Garte, dass heute irgendwas ist. Und wir sind jetzt am Ziel angekommen. Wir sind jetzt nach Kintamani gefahren. Das waren jetzt gute zwei Stunden von Singaraya, vom Alling-Alling-Allen-Wasserfall. Aber es hat sich vollkommen gelohnt, denn hier gibt es ein paar coole Cafés mit einer wunderbaren Aussicht. Wir sind jetzt im Montana Café. Das haben wir auf Google gefunden und ich zeige euch jetzt mal die Aussicht. So, unser Essen kommt hier gerade. Das ist mein... Ich habe mir schon mal eine Fritte. Yo! Oh, das ist ein wirkliches Kaffee. Er hat auch irgendwas ganz komisches Weißes in dem Leben liegen. Weißt du was es ist? Du hast es einfach mal. Oh, das sieht nicht so lecker aus. Keine Ahnung. Was ist es? Ich weiß nicht. Es ist einfach süß. Und schmeckt wie Mehl. Na? Komisch. Also es ist nicht gut. Er ist mein Café hinterher. Gut Café hinterher. Ja. Ich habe mir einen Burger bestellt. Mirko hat sich jetzt erstmal einen Böchermüsli bestellt, damit er sich danach noch Nudeln bestellen kann. Und das ist aber noch nicht da. Ja, also warten wir noch dazu. So, 5 Minuten später kam auch Meins. Jetzt kommen wir auch hin. Echt unglaublich. Wir können euch den Laden nicht empfehlen. Mein Essen ist recht zu kalt und frisch. So, wir sind jetzt auf unserem Weg wieder zum Beach. Und das Wetter sieht gerade nicht mehr so gut aus. Eigentlich wollten wir hier durchs Lavafeld fahren. bei Mount Batur. Und die Drohne fliegen lassen. Aber es regnet irgendwie ein bisschen dahinter. Das Wulkan. Richtig cool. Fährt hier direkt an Lava vorbei. Und man kann hier auch mit der Enduro durchtracken. Also das ist eine Empfehlung, wenn man nach Bali kommt. Ein bisschen Action. Bestimmt cool. Google, wo bringst du uns nur hin? Es ist unglaublich. Wir fahren jetzt hier wirklich mitten durch den Wald gefühlt. Einspurig. Die Straße ist super schlecht, wie man sehen kann. Also es geht noch. Und wir haben einen Puls von... Gerade geht es wieder. Es ist immer so hoch und runter. So richtig mit dem Puls. Plötzlich ist die Straße komplett noch weg. Hat sich aufgelöst. Dann ist es besser eben auch noch eine Mittellinie zu sehen. Aber jetzt geht es einfach nur ein Stück weiter. Wir haben das Wetter sicher runterkommen jetzt. Und hoffen, dass es jetzt nicht noch enger wird. Oder es aufhört. Oder uns jemand entgegen kommt. Weil hier kommen wir wahrscheinlich nicht mehr hoch. Oder? Wir leben. Wir haben es geschafft. Aber mit Verlusten. Wir haben glaube ich den Spiegel geschrottet. Ja gut, er sieht noch ganz aus. Und er war schon beschädigt, als wir den Wagen übernommen haben. Also wahrscheinlich kommen wir da gut rum. Und wir empfehlen euch die Route auf keinen Fall. Wir blenden die euch immer ein. Und dass ihr die nicht fahrt, wenn ihr von Kintamani nach unten zu Strand wieder fahrt. An die Nordküste von Bali. Wir haben es geschafft. Wir sind an unserem letzten Ort für heute angekommen. Das ist der Black Sand Beach bei Kreteck. Und hier kann man die Drohne hoch lassen. Und wenn man Glück hat und rausfliegt, sieht man schwarzen Sand, die Palmen und den Vulkan Agung. Drückt uns die Daumen, dass es klappt. So, nach unserem gescheiterten Versuch den Strand und den Vulkan zu sehen. Gibt es jetzt ein Frustessen. Und alles leer geputzt. Richtig gut. Das hat echt fünf Sterne verdient. Also fahrt ihr in die Gegend. Wir verlinken euch das mal hier unten. Kommt unbedingt vorbei. Und esst eine Agriolo, lieber. So, da sind wir auch wieder. Heute geht es wieder sehr früh los. Wir fahren heute noch zwei Spots an. Das Handara Gate und den Leke Leke Wasserfall. Und dann fahren wir wieder Richtung Canggu. Na, bist du bereit? Okay. So, alles drin. Los geht's. Let's go. Wir sind jetzt am ersten Stop angekommen. Hinter uns seht ihr das Handara Gate. Es ist ja ein bekannter Fotospot hier in Bali. Und es ist eigentlich eine Einfahrt zu einem Hotel. Und wir werden jetzt was mit der Drohne filmen. Das kostet übrigens 100.000 Rupiah. Also das sind fast 8 Euro. Also schon ein bisschen verrückt. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie es hier aussieht. Und jetzt sind wir am nächsten Ziel angekommen. Wir sind jetzt am Leke Leke Wasserfall. Das ist einer, den wir schon unbedingt mal sehen wollten. Aber der liegt irgendwie mitten auf Bali. Und deswegen haben wir ja das Auto gemietet. Um auf der Rückfahrt nach Canggu dort anzuhalten. Dann können wir mal Sachen lassen. Und dann jetzt den Wasserfall anschauen. So, der Eintritt haben wir jetzt auch bezahlt. Kostet übrigens 50.000 Rupiah pro Person. Damit ist der Leke Leke der teuerste Wasserfall hier in Bali für uns. Und wir gehen jetzt mal nach unten. Es sieht ziemlich rutschig aus. Denn es hat heute Nacht anscheinend geregnet. Und ja, drückt uns die Darm. Oh, es sieht rutschig aus. Es sieht nicht nur so aus. Es sieht nicht nur so aus. Oh, cool. Hast du ein Barfuß tun? Ne, Barfuß ist ein Traum. Übel. Ja, es rutscht richtig. Ein Traum hier. Pass auf. So, der Trip ist gescheitert. Schaut euch das mal an. Komplett dreckig. Mal kurz hängen gefahren. Es scheint die Nacht geregnet zu haben. Es ist so rutschig da unten. Und es ist echt schade, dass die uns das gar nicht erzählt haben. Ja, selbst deine Füße. Ja, also meine Füße sehen auch furchtbar aus. Wir haben hier 100.000 bezahlt. Also noch nie so viel Geld wie für einen anderen Wasserfall. Ja. Und die hätten uns mal sagen können, es hat geregnet. Es ist super rutschig. Da geht nicht runter. Mirko ist richtig. Dreh dich mal um. Um das nochmal zu zeigen. Also der Po ist komplett. Das ist T-Shirt. Ja. Alles einfach, ne? Lass mal aufwaschen. Wir haben uns vom Schock erholt und sind jetzt gut in unserem nächsten Hotel angekommen. Genau. Du hast auch nichts. Keine Schmerzen oder sonst was. Das mega gut ist. Und ja. Wir werden jetzt dieses Video hier beenden. Denn die nächsten Tage entspannen wir hier in Seminyak direkt am Strand. Und würden uns freuen, wenn ihr auf jeden Fall dem Video einen Daumen hoch da lasst, den Kanal abonniert und beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.